Musik Wir brauchen uns damit unser eigenes Grad, wenn wir denen Zündstoff geben. Versucht es irgendwie zu machen, dass ich nachher, weil Christian und wir zum Schluss hier diese Aktion nicht immer so viel Arbeit haben, hier zu beräumen, dass ihr euren Müll nach Möglichkeit selber mitnehmt, in die Tüte reinnehmt, den nehme ich dann wieder mit, dass wir hier 1A die Wolke verlassen, dass wir uns dahingehend nichts sagen können. Zur Blenderei, zur Fahrbahn, ich bin der Meinung, dass das aus den Händen gesaugt ist, aus den Fingern gesaugt ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Licht auf meinem Auto oder die Autos blendet, wobei ich sage, die Reflexion an den blauen Schildern hinten ist zu erkennen, wird aber lange nicht hinderlich sein für die Autos. Also nach Möglichkeit nicht reinleuchten in die Fahrbahn, dass da keine, falls die Polizei wirklich mal wieder vorbeifährt und guckt, dass da keine Anzeigen oder Beschwerden in irgendeiner Art und Weise kommen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir heute Wetterstein zu halten, eine gute Veranstaltung. Ich hoffe, dass ihr auch tatkräftig dabei seid und dass wir ordentlich Sound von der Autobahn wiederkriegen. Wie auch immer. Schönen Abend noch. Danke. Joachim! Die Zeit halt wie Wunder Kann schon sein Vielleicht Wenn sie wieder Wenn wir Wir Wundern 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das ist richtig geil Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018